Das ist echt unmöglich! Nur weil ich meine Meinung gesagt habe? Du hast an allem rumgemeckert. Die Küche ist zu klein und das Bad ist siffig. Das Wohnzimmer stinkt. Stimmt ja auch. Quatsch! Du machst das doch nur, weil du hier nicht ausziehen willst. Ich will nicht in einer euren Bruchbude im Schimmelfennigweg wohnen. Wie das schon klingt. Schimmelfennigweg? In der Sonnenscheinsiedlung? Ja, die Annonce, die Sie für uns angestrichen haben. Wir waren gerade da. Die war doch nicht für euch. Die war für mich. Für Sie? Für Sie? Ja. Ich wollte immer schon mal in so einem kleinen Häuschen im Grünen wohnen. Und mir gefällt die olle Bruchbude. Und Ihre Wohnung? Ich dachte, ihr bleibt hier wohl. Warum haben Sie uns denn nicht gleich gesagt, dass Sie ausziehen wollen? Ja, weil ich den Mietvertrag noch nicht unterschrieben hatte. Ich wollte erst mal Nägel mit Köpfen machen. Fühlt euch doch wohl hier, oder? Total. Wir dürfen hierbleiben. Wirklich? Danke. Ja.